Bei Undercover Boss kehren Firmenchefs zurück an die Basis. Sie tauschen Anzug und Büro gegen Arbeitskleidung und die harten Jobs ihrer Mitarbeiter. Peter Michel ist CEO der Best Western Swiss Hotels. Für eine Woche verlässt der Top-Manager die Firmenzentrale in Bern, um am eigenen Leib zu erfahren, was seine Mitarbeiter tagtäglich leisten. Jeden Tag eine andere Abteilung, jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich bin komplett aufgeregt. Ich muss schauen, wie ich das schaffe. Du musst nochmal drunter gehen. Das neue Zimmer in der Schweiz unterliegt. Um unentdeckt an der Basis mitarbeiten zu können, wird aus dem Boss Peter Michel der arbeitssuchende Beat Sutter. Erst am Ende der Woche gibt der Undercover Boss seine wahre Identität vor den nichtsahnenden Mitarbeitern preis. Undercover Boss. Ab Dienstag, 1. Mai 20.15 Uhr auf 3+.